Mach mal ganz schnell und ganz spritzig hier weiter. Ich finde auch die Geile, du spielst die Spielwerte, die du in deinem Leben noch nie gespielt hast. Du verreckst ohne Ende, du nimmst auf ohne Ende und dann verreckst du trotzdem. Aber... Da müssen wir durch. Ich hoffe, das ist schlecht. Oh nein. Da war schon wieder einer. Und keine Muni, das ist so geil. Mann, was ich hier an Spritzen verwende. Das ist ja noch mal. Warte mal. Wo kommt der nicht her? Da oben. Was ist denn da? Oh. nicht hat man erwischt nimm den scheiß hier so war das jetzt hier her weiss ich fand was hier passiert ey fuck kassel die kassel der kassel das ist nämlich das problem was wir haben schade können wir nicht rein immer sehr gut was bringt naja ne ach immer unter ach du schalte sind wir hier überhaupt richtig älter könnten die knarre eigentlich mal nach kontrollpunkt hier schon paar ketten wir nehmen natürlich auch mit nach der schweizflasche weg damit und ein hebel was zu forschen noch mal geht nicht das ist natürlich Geh! Ah komm, komm 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 komm! Boah! Wieso? Oh, wir haben ja Schütze erst von euch! Ah, verdammt! Nein, 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 nein! Farram, 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 farram! Ah, farram! Hey, ich glaube, ich schluss noch, ey, shit! Oh nein! Hm... Ich will ja auch nicht immer Munition verschwenden, ey, wie die Scheiße! Ja, 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 piep du mal! Ah, Sprengfall, da hieß ja, da werden wir fast wieder rin hier rannt! Hier muss man nämlich aufpassen, wo man hinrinnt, ey! Nehmen wir mit... Da müssen wir mal herkommen, okay... Sieht ja sehr, sehr interessant aus, ja! Kisten... Sehr schön! Oh, wir sind nicht so schnell! Oh, hier ist der St. Kist. Oh, hier ist etwas, ich kribe zu euch! Ich muss nicht, es geht! Also etwas. Jetzt geht es um, ein Zeichenstück! Ah, wir sind nicht gut! Sieht ist aber wahrscheinlich zu sein! Ah! Kontrollpunkt, sehr schön, trotzdem hat man hier keinen Tuschblick mehr, oh neiii, oooohh ist klar ey, auf jeden Fall, die Tür, bitte nicht ey, bitte nicht den ganzen Weg wieder zurück oh, was geht oh, was geht hmm, oof, ihn Das ist hier nur in der Mitte Und eine kranke Scheiße hier, ey. Was ist denn das? Das ist ja eine kranke Scheiße. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Haut da rein, bis dann.